Einfach zusammen 2020 anders erleben. Ein Film der Behindertenbeauftragten und des örtlichen Teilhabemanagements Burgenlandkreis. Einfach zusammen 2020 anders erleben. Dieses Jahr ist der europäische Protesta für Menschen mit Behinderung in Zeiten der Corona-Pandemie nötiger denn je. Erkrankung und Behinderung sucht man sich bekanntlich nicht aus. Zur Zeit haben wir die Maskenpflicht. Viele Menschen fallen unter eine Ausnahmeregelung wegen Herz-Kreislauf, Gehörlosigkeit oder weiteren medizinischen Störungen. Oder denken Sie an die Grobpflicht, auch für Menschen mit Rollatoren oder Rollstuhl. Blinde und Menschen mit Sehbeeinträchtigung haben Probleme mit den Abstandsmarkierungen und Sachen ohne Berührung zu erkennen. Sie erleben gerade oft respektloses Verhalten, Blöde anmachen oder gar Drohungen. Ich bitte Sie deshalb, sensibel, rücksichtsvoll und hilfsbereit zu sein. Der Protesta ist also auch in Corona-Zeiten nicht klein zu bekommen. Machen wir uns gemeinsam stark für eine inklusive Gestaltung des Burgenlandkreises. Es war die umfangreichste Veranstaltung, die diesbezüglich jemals gemeinsam mit einer Vielzahl von Partnern wie zum Beispiel der Kontaktstelle Naumburg, des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., dem Kreissportbund des Burgenlandkreises und dem Deutschen Rollstuhl Sportverband e.V. durchgeführt wurde. Alles fand in Kooperation mit dem örtlichen Teilhabemanagement Saale-Kreis und mithilfe finanzieller Unterstützung von Aktion Mensch, der Sparkasse Burgenlandkreis und dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. statt. Rund 400 Gäste genossen das Programm bei sonnigem Wetter. Zahlreiche inklusive Sportvereine, angefangen vom Rollstuhlbasketball über Blindentischtennis bis hin zum Rollstuhlfechten, waren vor Ort. Alle Besucher konnten die angebotenen Sportarten selbst testen. Für die barrierefreie Kommunikation sorgten den ganzen Tag über Gebärdensprachdolmetscher. Eine große Hilfe waren auch die Schülerinnen und Schüler der Medizinischen Berufsakademie Naumburg, die ebenso tatkräftig die Veranstaltung unterstützten. Ein großes Dankeschön geht auch an das Team des Jugend- und Sporthotels Euroville in Naumburg, sowie an alle beteiligten Vereine, ohne deren Unterstützung dieser Aktionstag nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer Höhepunkt war die Anwesenheit von Grafikdesignerin und Illustratorin Julia Kluke. Sie hielt den Tag zeichnerisch auf ihre ganz spezielle Art und Weise fest. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung für alle Beteiligten und Besucher. Das örtliche Teilhabemanagement wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.